...schafft nicht. Kann der multiplizierte Max auch mal relaxen? Wahrscheinlich nicht. Sein Geist ist auf all diese Körper zerstreut. Wir müssen diese Käferbrüder finden, sonst haben wir... Aha! Da ist er. In der perfekten Position für meinen Strahler. Da sind sie ja. Ich kümmere mich um das Problem, du bekämpfst die Ursache. Geht klar. Handfester Plan. Mach schnell, Sydney. Gib mir schon das Gerät. Ganz ruhig, ganz ruhig. Warte, was? Mit dem Zielfernrohr stimmt etwas nicht. Er ist viel zu... Na dran! Was hast du mit Opa Max gemacht? Das Gleiche, was ich jetzt mit dir mache. Kopieren und verdummen. Gut ausgewichen, aber jetzt haben wir noch mehr Max. und... Pass auf! Sieh an mein Zinger, sieh an mein Zinger. Tu es, tu es, tu es! Diese Maxe stinken fast so schlimm wie... Mini-Jet. Lauf so viel du willst. Meinem Kopierstrahlen kommst du nicht. Ich kopiere eine Armee, um dich zu fangen. Und ich kopiere dich, um eine Armee zu fangen. Ich kopiere die ganze Welt um. Geh mehr, Mieze Katze? Hast du das gehört? Der Mistkäfer sagt, sie werden dümmer, je mehr Kopien man macht. Also wenn wir die Kopien loswerden, ist der echte Opa Max wieder 100% er selbst. Aber wie? Achtung! Gute Arbeit! Damit ist die Frage beantwortet. Also zermahlen wir sie zu Staub, bis nur noch der echte übrig ist. Einfacher geht's nicht. Kanonen-Kugel, reiht! Äh, ähm... Puff, puff, ran! Ah, wieso macht ihr nicht Puff? Ben! Ja, Gwyn? Ich kann die Opas nicht schlagen, hilfst du mir? Klar, fang! Ich schaff's nicht, ihnen eins überzubraten. Das sind meine Opas. Ich hab's. Wollt ihr noch mehr Schokolade? Dann holt sie euch! Alles klar, Opas. Jetzt seid nur noch ihr zwei übrig. Wer ist der echte Opa Max? Ich weiß, ich weiß. Ich schlage die letzte Kopie. Meinst du, wir sollten eingreifen? Ich helfe, ich helfe. Ich helfe! Opa Max! Ha, das tat weh. Opa Max! Ich werde eine Woche lang Opa-Staub in der Nase haben. Tja, Sydney, sie haben meine Kopien zerstört. Und meinen Strahler auch. Das wird dir sicher nicht gefallen, aber es ist Tunnelzeit. Auf gar keinen Fall! Ihr Käfer wurde zerquetscht. So leicht geben wir uns nicht geschlagen. Wir werden einen neuen Löffel finden. Mann, wenn ich den Kopierstrahler der Käferbrüder hätte, würde ich aus 10 Aliens 100 Aliens machen. Dann könnten die meine Arbeit machen, während ich klettere oder schwimme oder spiele oder... Mathe ist nicht deine Stärke. Du hättest 1000 Aliens. Aber Ben gibt es nur einmal und der macht am besten eine Sache nach der anderen. Und ich freue mich, der einzig verbliebene OG zu sein. Hä? Der Original-Großvater. Bist du sicher, dass wir alle Kopien erwischt haben? Der Original-Großvater. Der Original-Großvater. Der Original-Großvater.